Willkommen zu TV11 Inside. An dieser Stelle könnt ihr in den nächsten Tagen mitverfolgen, was unsere Elf im Trainingslager in der Türkei jeden Tag erlebt. Gestern Mittag ging die Reise los. Am späten Abend ist das gesamte Team im Hotel in Lara angekommen. Deswegen gibt es natürlich vom ersten Tag noch keine Trainingseindrücke. Trotzdem sollt ihr an dieser Stelle nicht leer ausgehen. Und deswegen haben wir uns im Vorfeld mit Trainer Michael Wiesinger unterhalten. Und der gibt euch jetzt erstmal einen kleinen Rückblick, wie die vergangenen Wochen hier in Deutschland noch gelaufen sind, wie sich die Mannschaft verändert hat. Und natürlich gibt es auch noch einen kleinen Ausblick, was euch in den kommenden Tagen noch erwarten wird. Seit Trainingsauftakt 2016 ist jetzt knapp ein Monat vergangen. Was hast du denn bisher für einen Eindruck? Also auf welchem Stand war die Mannschaft Anfang Januar und was hat sich bis jetzt getan? Also das Erste, was wir registriert haben, dass die Mannschaft sich in der Urlaubszeit auch, dass sie gut gearbeitet haben. Sie kamen fit zum Trainingsauftakt. Keiner hatte Übergewicht, keiner hat zugenommen. Das war schon mal sehr gut, dass wir dann einfach ein anderes Denken hier reinbringen. Erste Woche war nicht positiv, weil wir natürlich zwei Verletzte hatten, mit dem Thomas Birk und dem Sven Selenthin. Beide mit einer Syndesmoseverletzung. Beides mal auf dem Kunstrasenplatz zugezogen. Also das war schon ein eher schwieriger Anfang. Mittlerweile sind wir aber gut im Trainingsrhythmus angekommen und Stand heute zieht die Mannschaft voll mit. Durch die Verletzungen hat sich ja auch, sag ich mal, von der Anzahl der Neuzugänge ein bisschen mehr getan. Da wurde auch noch mal darauf reagiert. Was hat das insgesamt bewirkt, dass es jetzt fünf Neuzugänge gibt, auch von der Qualität, von der Anzahl der Spieler, die dir jetzt zur Verfügung stehen? Na ja, grundsätzlich muss man natürlich schon umdenken. Wir hatten insgesamt vier Abgänge. Ja, das war mal Punkt eins, wo verschiedene Spieler auf uns zukamen, die sich verändern wollten aus verschiedenen Gründen. Und ja, für uns schon Entscheidungsstand, wir wollen den Kader punktuell ergänzen. Ja, wir wollen den Kader besser machen. Ja, wir wollen die Qualität anheben. Ja, diese Verletzungsgeschichten oder die zwei Verletzungen, ja, muss man schon sagen, dass Thomas Berg ist Kapitän, ist eine Stammkraft hier. Sven Sellentin hat sich ja auch einen Status erarbeitet. Er hat auch seine Spiele von Anfang an gehabt, war eigentlich der Einwechselspieler hier. Ja, der eigentlich in jedem Spiel irgendwo auf seine Einsatzzeiten gekommen ist. Also da muss man schon genau, genau überdenken. Und dementsprechend haben wir dann auch personell so reagiert, dass wir jetzt mehr Spieler dazugeholt haben. Also das hat schon seine Gründe, weil wir wissen, um die Ausfallzeit, ja, das ist, das ist ein Risiko. Ja, Torwart-Situation genau dasselbe. Ja, für uns war klar, ja, dass wir da gut aufgestellt sind. Wir wissen aber auch, dass, wenn eine Verletzung passieren sollte, was wir alle nicht hoffen, dass wir jetzt zum jetzigen Zeitpunkt, das Transferfenster ist zu. Ja, man kann definitiv nicht mehr reagieren. Wir sind in der U21 nicht so aufgestellt, dass wir das auffangen können. Also von daher war auch die Entscheidung, Daniel Batz zu holen. Ja, die ist, die ist länger gereift und letztendlich haben wir es jetzt auch im Januar dann durchgezogen. Was für einen Eindruck hast du denn insgesamt von den Neuen bisher? Ein paar sind ja jetzt noch nicht so lange dabei, aber einen ersten Überblick hast du ja jetzt doch schon? Ja, wichtig für mich, seit ich hier Trainer bin, seit Juni 2015 ist schon, dass ich natürlich momentan oder mittlerweile auch meine Mannschaft besser einschätzen kann, ja, die verschiedenen Charaktere besser greifen kann. Wir haben schon im Laufe der Vorrunde einiges verändert. Ich glaube, wir haben mittlerweile eine ganz andere Trainingsmentalität hier, ja, eine andere Mentalität in der Mannschaft. Ja, es geht jetzt schon in die Richtung, so wie ich mir das vorstelle. Ja, wenn man genau hinschaut, haben wir auch die Altersstruktur der Mannschaft verändert. Neuzugänge sind wieder, ja, schon Jungs im besten Fußballalter, sage ich einfach mal, wann auch immer das ist. Also, soll jetzt nicht irgendwie abwertend sein gegen ältere Spieler, sondern es geht einfach darum, wir wollten Jungs hier her, die unsere Ziele, unsere Visionen auch verkörpern. Junge Spieler, ja, perspektivisch entwickelbare Spieler. Und wenn man unseren Kader jetzt durchgeht, also glaube ich schon, dass die erste Mannschaft von der SV Elbersberg schon jetzt für eine Ausrichtung steht und eigentlich auch in gewisser Weise jetzt auch nichts mehr zu tun hat mit einem gewissen Image, das hier auch immer so ein bisschen kursiert. Ja, wir sind finanzstarker Regionalligist, ja, wir haben viele Möglichkeiten, aber mir als Trainer ist einfach wichtig, eine Mannschaft auf dem Platz zu haben, die, die in unbedingten Willen ausstrahlt und auch mit einer Mannschaft zu arbeiten, am allerwichtigsten, die irgendwo noch entwicklungsfähig ist. Und das, glaube ich, hat sich entscheidend verändert und kommt mir gelegentlich zu kurz in der Berichterstattung. Mit genau dieser Mannschaft geht es jetzt eine Woche in die Türkei, ins Trainingslager. Wie wichtig ist das für dich grundsätzlich, die Möglichkeit zu haben, jetzt während der Wintervorbereitung sich für einige Tage zu verabschieden und außerhalb geschlossen zu trainieren? Also ein entscheidender Aspekt für mich ist immer, immer im Blickfeld zu haben als Trainer, wie ist die Stimmung in der Mannschaft, ja, und man kann sich ja irgendwo, irgendwo vorstellen, im Winter hast du halt, Stand jetzt immer noch hier Bedingungen, ja, wo du halt flexibel sein musst, ja, man muss, ja, wir haben nicht die Plätze zur Verfügung, was auch irgendwo normal ist, ja, muss man ja auch, auch realistisch sein, ja, wir sind Stand jetzt ein Regionalligist, ja, die, die Infrastruktur ist nicht optimal und deswegen ist für mich so ein Zeichen vom Verein zu sagen, man, man stemmt so ein Trainingslager, erstens mal eine gewisse Wertschätzung, ja, für uns als Mannschaft, für mich als Trainer und natürlich auch eine Möglichkeit, ja, mal eine Woche, ja, ich sage jetzt nicht zu entfliehen, aber einfach mal irgendwo, ja, was, was anderes mitzunehmen. Es geht um Teambuilding, ja, es geht einfach eine Woche Fußball pur zu leben, ja, im Trainingslager letztendlich kannst du ja nicht aus, ja, wir sind zusammen, ja, ich sage jetzt nicht 24 Stunden, ja, vielleicht mit einem Zimmerkollegen, aber im Grunde wird sich alles um Fußball drehen, es wird sich alles um unsere Mannschaft drehen, ja, man wird den einen oder anderen vielleicht auch mal besser kennenlernen, weil man halt auch mal gezwungen wird, sage ich einfach mal, in Anführungszeichen, auch mal sich mit dem Partner auseinanderzusetzen. Für mich ist es wichtig, den Teamgeist zu stärken, weil ich glaube, dass das der entscheidende Aspekt wird, auch für die Rückrunde, ja, wie wir uns da präsentieren. Ich glaube, in engen Spielen, in entscheidenden Spielen, ja, wenn es darauf ankommt, ja, wird dieser Teamgeist, dieses Zusammen, zusammen auch gegen Widerstände gehen, wie auch immer, wird für mich, ja, also das werden so die letzten Prozent sein, die entscheidend sind. Jetzt im Bezug auf das Training im Trainingslager, wo wirst du da die Schwerpunkte setzen, auch in Bezug zur bisherigen Vorbereitung? Ja, wir sind im Trainerteam grundsätzlich das, das, wir sagen, wir wollen alle Inhalte schnell verpacken, ja, zu meiner Spielerzeit hat man noch ein bisschen anders trainiert, hat erstmal ein, zwei Wochen nur Grundlagen gemacht, das sehen wir nicht, nicht so, ja, wir haben gewisse Daten zur Verfügung, dementsprechend, ja, steuern wir das Training, aber es muss immer so sein, dass es auch ein guter Mix ist, meiner Meinung nach, und so ein Trainingslager ist natürlich auch schon wichtig, weil wir einfach gute Platzverhältnisse haben, und gute Platzverhältnisse heißt für mich logischerweise, dass ich natürlich dann auch viel Fußball spielen möchte, ja, dass wir gewisse Grundlagen, ja, Laufanheiten jetzt, jetzt durchgezogen haben, aber jetzt in der Türkei natürlich auch dann taktische Inhalte, ja, detaillierter angehen wollen, ja, wir haben Schwerpunkte gesetzt, wo ich der Meinung war, dass wir da in der Vorrunde, oder im Laufe auch die ersten zwei Spiele, der Rückrunde, ja, wo wir Nachholbedarf haben, wo wir, wo wir einfach noch ein Tick, ja, ein Tick griffiger werden müssen, noch ein Tick verbissener werden müssen, ja, spiel gegen den Ball, spiel mit Ball, also da werden wir schon einiges erarbeiten, und ja, im Grunde geht es auch da wieder darum, ja, Spaß bei dem Ganzen zu vermitteln, ja, Spielfreude zu entwickeln, ja, wir haben eine Mannschaft, die, die, die einen guten Fußball spielen kann, und das, das möchte ich fördern.